Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Planet Zoo, der New Changcheng Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Dieses Mal bauen wir ein Nashorngehege und außenrum ein bisschen was, aber das soll nicht das erste sein, denn erstmal allerdings Dankeschön an Instant Gaming, die dieses Video hier heute sponsern. Instant Gaming ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort kannst du Spiele kaufen mit richtig dicken Rabatten. Außerdem kannst du natürlich Playstation, Xbox und PC-Spiele kaufen und da kannst du einige Sachen sparen. Die haben auch einen guten Kundenservice und sind sicher und zuverlässig. Außerdem kannst du auch Ingame-Währungen kaufen, wie zum Beispiel FIFA Points, wenn du darauf Bock hast und Pay-to-Win unterwegs bist. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass sie auch Planet Zoo DLCs anbieten oder Planet Zoo generell. Wenn du also noch ein DLC brauchst oder noch gar kein Planet zu hast, dann schau doch einfach auf Instant Gaming vorbei und gönn dir einfach mal ein DLC mit richtig, richtig vielen Rabatten. Die haben ansonsten auch immer die neuesten Spiele am Start. In der Videobeschreibung ist, wie gesagt, ein Link verlinkt. Klick einfach mal drauf, stöber einfach mal auf der Seite und vielleicht ist dein nächstes Lieblingsspiel ja dabei. Vielleicht. Vielleicht ist dein nächstes Lieblingsspiel dabei, aber ich weiß, dass mein Lieblingsspiel Planet Zoo ist und das kann man dort auch günstig erwerben. Ja, lange ist es her, dass wir den New Changqing Zoo unterwegs hatten oder dass wir den dabei, ne, dass wir im New Changqing Zoo unterwegs waren. Hier jetzt ein paar Workshop-Items. Ich benutze diese Steinwände. Ich weiß nicht, sind die von Caesar Creates? Die sind auf jeden Fall mega, mega cool. Das sind ja die Stalagmiten, glaube ich, und unechten Holzstämme zusammen. Und die haben wir viel im Stream benutzt. Ich stream ja immer noch. Jeden Donnerstag, jeden Donnerstagabend kannst du immer vorbeischauen. Auch hier auf YouTube, denn sowohl auf YouTube als auch auf Twitch wird gestreamt gleichzeitig und du wählst einfach die Plattform aus, die dir am meisten Spaß macht. Und dann kann das sein, dass, ja, dass wir da gemeinschaftlich chatten. Und da benutzen wir übrigens auch diese Rückwände. Und die benutze ich hier jetzt auch deutlich mehr. Grundsätzlich fragt ihr ja auch immer, wie lange hat das alles hier gedauert, Goro. Und ich kann euch sagen, dass das Bild jetzt, also das Video ungefähr zwei Stunden plus minus ein paar zerquetschte gedauert hat. Also gar nicht so schlecht, aber ich war mega kreativ plötzlich auf einmal. Da hat es mich so übermannt. Und ich habe diese Ecke gut vorangebracht, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich möchte ich ja sagen, dass ich nicht abweisend bin solchen Sachen aus dem Workshop gegenüber. Denn, und das muss man an der Stelle auch einfach sagen, dass sowas bauen mega cool und mega zeitaufwendig ist. Deswegen finde ich es nice, dass das gemacht wurde. Und ich glaube auch, dass das im New Challenging so völlig okay ist, dass wir das damit einbeziehen. Übrigens, was auch völlig okay ist, ist, wenn du diesen Kanal abonnierst. Das hast du vielleicht noch gar nicht gemacht. Denn über 50 Prozent, es sind tatsächlich 51 Prozent wieder von euch schauen meine Videos und haben meinen Kanal gar nicht abonniert. Ja, das ist ein Fehler. Da sollte man mal beigehen, finde ich. Ja, das wollte ich mal so erwähnt haben. Dann ist mir aufgefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich habe die gemäßigten Steine genommen und wir sind im Tiger-Biom. Skandal, Freunde, Skandal. Deswegen musste ich noch mal beigehen. Musste ich das Ganze noch mal ein bisschen ja, ein bisschen mischen. Mischen ist immer eine gute Sache. Und dementsprechend ist das eigentlich auch ganz okay gewesen. Im Hintergrund übrigens der Murch-Song. Für die Leute, die das nicht wissen, die Livestream-Zuschauer werden sich freuen. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen gemulcht im Gehege. Wir mulchen grundsätzlich nicht so mega viel mit Niu-Chang-Ching-Song. Das irritiert mich ein wenig, dass wir noch nicht so viel gemulcht haben. Aber es ist ja gar kein Problem. Man muss ja auch nicht immer komplett mulchen. Man kann ja auch mal ein bisschen weniger mulchen. Also nicht, dass man jetzt wenig mulchen sollte, finde ich. Naja, ich baue eine kleine Hütte für die Nashörner nebenbei. Da kommt dann auch ein Mitarbeitergebäude rein. Also eine Tierpflegerhütte heißt die, glaube ich. Da eine Futterküche halt. Und das Haus ist nicht begehbar für die Besucher, sondern es ist einfach nur ein Tierhaus für nebenbei, wo die dann reingehen können und wo ich auch den Eingang fürs Gehege versteckt habe. Denn das ist ja auch etwas, worüber wir ja schon öfter gesprochen haben, dass wenn die Eingänge für die Tiere mehr oder weniger versteckt sind, dass das Ganze dann deutlich mehr Sinn macht. In Planet Zoo, weil so machen die das in Real-Life-Zoos natürlich auch. Und ich verstecke das dann hier jetzt in einem Gebäude. Das Gebäude, wie gesagt, es ist nichts weltbewegendes, es ist nichts krass aufregendes. Es ist einfach ein Standardgebäude. Aber wir bauen es mal mit rein, würde ich sagen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so mega schlecht, finde ich. Schlecht finde nicht immer diese Wege, diese Mitarbeiterwege. Ich finde, dass das tatsächlich... Hätten sie das ja mal ändern können, dass man auch andere Mitarbeiterwege machen kann oder dass man normale, in Anführungsstrichen, Wege als Mitarbeiterwege kennzeichnen könnte. Das wäre auch eine coole Sache. Apropos coole Sache, vielleicht haben ja der ein oder andere Planet Zoo ja auch schon auf der Konsole gespielt. Da war ich ja leider nicht dabei, denn ich habe ja immer noch keine Konsole. Das ändert sich vielleicht in Zukunft irgendwie, dass man da dann auch mal was schauen kann. Ich habe auf jeden Fall viele Nachrichten bekommen. Guru, besuchst du auch Zoos auf der Playstation oder auf der Xbox? Beides wird natürlich nicht gehen. So viel kann ich euch jetzt an der Stelle schon mal sagen. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass das nicht in Zukunft, weil Planet Zoo auf der Konsole wird ja ein Jahr laufen, dass das in der Zukunft vielleicht passieren wird. Denn, und das möchte ich dann an der Stelle auch noch mal sagen, es ist ja möglich, dass man sich eine Konsole in Zukunft kauft. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Deswegen haben wir möglicherweise auch einen Sponsor jetzt in dem Video. Das ist ja eine Zusammenarbeit, die man sich da so auf jeden Fall vorstellen kann, dass das irgendwie in Zukunft dann auch helfen könnte. Auf irgendeine Art und Weise. So, der ganze Kram wird auch besser. Ich baue jetzt hier diese Nashornstatue, die mega cool ist. Ich bin allerdings überrascht, dass das Gelbe in der Nashornstatue nicht entfernt werden kann. Weil damit hätte ich jetzt eigentlich gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt, wie es ist. Dann ist mir aufgefallen, dass ich ein paar Steine nicht in der Gruppe hatte. Das ändert man dann natürlich bei Gelegenheit direkt. Und grundsätzlich muss ich sagen, dass das Gehege eigentlich ganz zufriedenstellend ist. Es ist nicht so groß, wie Nashörner es haben könnten. Also wir bewegen uns wirklich am Minimum von dem, was erlaubt ist für die Spitzmaul-Nashörner, die wir hier gebaut haben. Ist auch wichtig, dass das die Spitzmaul-Nashörner sind und nicht die Breitmaul-Nashörner. Denn die Spitzmaul-Nashörner habe ich tatsächlich noch gar nicht gehabt. Sind ja damals mit einem... Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Pack die gekommen sind. War das das Grasland-Pack? Also sie sind auch schon mega lange im Spiel. Und ich fand sie auch cool, als sie reinkam, aber ich habe sie nicht gebaut. Und das liegt vielleicht auch daran, dass man... Nashörner sind halt große Tiere. Also... Also, das gibt es natürlich selbst, dass es große Tiere sind. Aber Nashörner sind halt Highlight-Tiere. Und gerade im New Changcheng-Zu haben wir so viele Highlight-Tiere, meiner Meinung nach, dass wir uns da auch ein bisschen zügeln müssen. Aber jetzt haben wir trotzdem Nashörner gebaut. Und vorne, vor dem Nashörner-Gehege, diese Grünfläche, die ist jetzt noch ein bisschen größer geworden, weil ich den Mittelweg, den ihr da sehen könnt, den habe ich entfernt. Und da müssen wir gleich im Realtime-Part, also gleich und gleich, im Realtime-Part auf jeden Fall nochmal beigehen und gucken, ob da noch ein Gehege hinkommt. Ich würde da auf jeden Fall ein kleines Tier noch irgendwie sehen. Kann mich auch gerade gar nicht daran erinnern, was in den letzten Packs, ob da kleine Tiere dabei waren, die da gut reinpassen würden. Im Eurasien-Pack? Wildschweine vielleicht? Die haben wir ja auch noch nicht gehabt. Wir müssen auch mal gucken, welche Tiere wir noch gar nicht gehabt haben. Und dann, also Fans von New Changcheng-Zu werden ja auch wissen, wir nähern uns ja, wie gesagt, dem Ende. Deswegen, ich weiß nicht, es gibt ja auch die Leute, die fragen dann, wann kommt der New Changcheng-Zu? Ich verstehe es ja. Ich verstehe es ja. Aber ihr müsst auch bedenken, wenn da richtig viele Folgen kommen, ja, dann ist der auch irgendwann zu Ende, ne? Weil größer als so wird er nicht. Ich werde nicht nochmal einen Bereich aufmachen. Wir werden hier nicht so ein Morning-Site-Ding machen oder so ein Schönhausen-Ding. Aber generell muss man auch sagen, wenn ihr mal überlegt, wie viele Planet-Zu-Zoos wir mittlerweile auch hatten und wie die sich auch alle entwickelt haben, finde ich schon krass. Ich würde gerne sagen, ne? Und das ist, das sage ich jetzt, das sage ich jetzt hier im Video und das, da werde ich wahrscheinlich drauf festgenagelt irgendwann. Ich würde ja gerne nochmal zurück nach in die Zoologische Heo-Denmark oder nach Bahia, ne? Und da nochmal updaten so ein bisschen. So ein kleines Makeover machen. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Das wäre, das wäre nochmal so ein kleines Träumchen von mir, dass ich da nochmal, dass wir da nochmal zurückgehen und nochmal beigehen irgendwie. Das könnte schön werden. Naja. Weil ich meine, wenn ihr euch auch die Gehegegestaltung jetzt hier anguckt und einige von euch schauen ja auch teilweise noch die alten Serien hier auf YouTube. Grüße gehen raus an alle, die die alten Serien noch gucken. Und Grüße gehen natürlich raus an alle, die, das mache ich ja zwischendurch auch mal, die Leute begrüße, die das Video jetzt hier später sehen, als dann, wann es rauskommt. Und da meine ich jetzt, ja, wenn du jetzt zwei, drei Monate später bist, ja, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Das machen einige von euch auch. Das freut mich jedes Mal, wenn ich dann, äh, ja, hier die ersten, äh, New Chang Chainsu-Videos sehe oder die ersten, äh, aus Schönhausen oder so, wo ich das gemacht habe. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich witzig. Generell muss ich sagen, ich freue mich über alle Kommentare sehr. Und die helfen ja auch tatsächlich. Ähm, man überlegt ja manchmal, wie kann das dann helfen? Wie können solche Kommentare dann helfen? Aber die helfen in diesem YouTube-Algorithmus, der das dann gut findet. Interaktionen sind nämlich gute Interaktionen. Oder alle Interaktionen sind grundsätzlich gut. Äh, es gibt dann jetzt aktuell auch immer noch diese, diese Bots, die dann da drunter posten. Die lösche ich natürlich. Das sind natürlich keine guten Interaktionen. Das mal so vorweg. Wie gesagt, das Haus hier, das Nason-Haus ist jetzt nichts weltbewegendes, es ist nichts aufregend Spezielles. Es ist ein Standard-Nason-Haus in meiner Welt, äh, ein Standardgebäude mit einem Flachdach. Ich bin ja großer Freund von diesen Flachdächern. Ich weiß auch nicht. Erst wollte ich ja mal in diesen chinesischen Weg gehen, aber komm. Ich glaube, wir gehen jetzt auch mal in den Flachdachweg. Denn, und das muss man an der Stelle einfach sagen, es funktioniert in meiner Welt am besten. Und es sieht halt einfach fantastisch aus, wenn man dran vorbeigeht. So auf Mainlast grüßen. Den vergisst man übrigens. Das ist ja eine, in meiner Welt ja schon eine Miniserie mit 20 Folgen. Ähm, ja. Aber, aber es ist ja auch nicht schlecht, eine Miniserie zu haben. In meiner Welt. Und das, ähm, müssen wir mal gucken, wie, wie das, wie das in Zukunft funktionieren könnte. Ich habe noch ein paar andere Ideen, ähm, zu anderen, äh, Videos noch. Und ich bin auch wieder motiviert. Ich sage es, wie es ist. Ich bin wieder motiviert. Wir haben auch, äh, sind durch so ein, so eine kleine Down-Phase gegangen, sag ich mal. Äh, gerade, äh, nicht direkt Anfang des Jahres. Aber wir waren so im Februar viel. Ähm, da, äh, da hatte ich nicht so, da hatte ich nicht so, so mega viele, ähm, nicht so mega viel Motivation. Und wurde auch nicht so oft von der Muse geküsst und so. Und da muss man halt überlegen, okay, wie, wie macht man weiter? Was kann man weitermachen? Und was macht ich sag's, wie es ist? Jetzt bin ich wieder am Start. Ich werde mich auch heute, später, weil, äh, aktuell in meiner Welt sind Osterferien. Und da werde ich mich dann hinsetzen und da werde ich dann vielleicht auch schon das nächste Video aufnehmen, sodass das, äh, zeitnah, äh, entstehen kann. Und ich weiß, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Und irgendwie fühlt es sich blöd an, solche Sachen zu sagen. Allerdings muss man sagen, das ist ja nicht so, dass gar keine Videos kommen. Wir haben ja Hausflipper gehabt, wir haben die Zoobesuche sonntags. Also, es kommt ja immer mal zwischendurch auch was. Das muss man vielleicht an der Stelle auch einfach sagen. Es kommen ja Sachen. Es kommen ja Videos. Aber vielleicht halt nicht der New Chang Chang so in der Regelmäßigkeit, wie er kommen könnte. Das kann man vielleicht auch an der Stelle einfach mal sagen. Das Gehege macht auf jeden Fall richtig Spaß. Es ist ein Standard, äh, Nashorngehege in meiner Welt. Viele Pflanzen, äh, aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Jetzt entferne ich hier den Weg. Ich habe es ja kurz angekündigt gehabt. Gegenüber sind ja die, äh, Wolverines. Hier, wie heißt es? Nee. Viel Fraß. Und dann dachte ich, okay, unsere Besucher kriegen so selten mal ein, eine Fressbude. Also, wir haben ja ein paar Restaurants und wir haben so ganz kleine Shops. Aber jetzt kriegen die hier schon eine größere Auswahl, sag ich mal. Wir haben eine Information auch gebaut, eine Toilette, ein, äh, ein Kaffee und ein Wasser. Und dann gibt es, glaube ich, ein Pizza-Pen und ein Chief Beef. Ich meine, das sind die, sind die Shops, die ich da platziert habe. Und dann dachte ich, okay, ein Vivarium wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und da kommt dann die griechische Landschildkröte rein. Die passt da, glaube ich, ganz gut rein. Ähm, Ich finde, eins, eins der, der netteren, äh, Vivarientiere, was man in so ein freistehendes Vivarium machen kann, weil man muss vielleicht an der Stelle auch einfach sagen, wenn du andere Vivarientiere machst, gefühlt müssen die immer in solchen Tropenhäusern stehen oder so. Da macht das auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Die Landschildkröten kannst du hier gut reinmachen. Ähm, ich finde auch, und das ist meine persönliche Meinung, dass wir gut noch ein paar Vivarientiere haben könnten. Gerade auch solche Sachen wie zum Beispiel diese Landschildkröten machen auf jeden Fall mega Bock in meiner Welt. Also ich finde, da, da gäbe es, gäbe es eine Möglichkeit, ähm, da ein paar Landschildkröten, also nicht noch ein paar Landschildkröten, aber ein paar, ein paar Tiere noch mit reinzubringen. Ich finde, das, äh, das wird auf jeden Fall gut passen. In meiner Welt. Ne? Das Gebäude an sich, äh, ist jetzt auch fertig. Da kommt halt noch ein großes Flachdach drauf. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass das vom Style her auf jeden Fall dasselbe ist, wie das, was das, äh, Nashorngehege ist. Aber grundsätzlich bin ich mit dem Haus schon zufrieden irgendwie, ne? Also es macht schon, macht schon was her. Ähm, in meiner Welt natürlich. Ich weiß nicht, ihr könnt das ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht. Und dann, ähm, dann passiert da, glaube ich, auch gar nicht mehr so mega viel. Also das Video geht natürlich noch ein bisschen, aber, aber es passiert nicht mehr so viel, was, was krass gebaut ist, sag ich mal, sondern es kommen dann halt noch so Pflanzen und Steine, also die Sachen, die wichtig sind. Und das ist ja auch etwas, was ich hier in diesem Zoo auch wieder gemerkt hab. Und ich sag das euch jedes Mal. Dieses, dass man Sachen außerhalb der Gehege direkt macht, wird man auf der Ecke ist. Ihr ärgert euch später. Das hab ich ja auch gemacht, wenn man zurückgehen muss und in alte Gebiete gehen muss und da dann die Ecken voll machen muss. Und das hatten wir ja damals bei Maine. Im Zoo of Maine hatten wir das ja, äh, neu gemacht. Also da haben wir gesagt, okay, wir machen das aktiv. Werden da keine, ähm, werden da keine Lücken gelassen. Und das haben wir dann im New Changcheng so, nicht so übernommen. Aber da muss man, das muss man vielleicht auch an der Stelle einfach sagen, das ist ein Fehler meinerseits. Das ist ein Fehler meinerseits, dass ich das wieder nicht, wieder nicht richtig übernommen hab. Diese Flachdachgebäude, wenn ihr die gerne im Workshop haben möchtet, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Schreibt es in die Kommis, ne? Und dann, äh, lade ich die einfach mal hoch. Weil gerade so ein Shopding hier mit so einem Vivarium und so, könnte, glaube ich, ganz interessant sein für den einen oder anderen. Ähm, denke ich zumindest, dass das doch eigentlich ganz cool sein könnte. Und so schlecht sind die, glaube ich, gar nicht. Ich hab relativ drauf geachtet. Ich glaube, es gibt eine Stelle, wo Seafighting ist. Das Seafighting beim Vivarium hab ich mit diesen, äh, mit diesen Stelzen hier, mit diesen Stülzen unterbunden. Aber ich glaube, oben im Dach gibt's eine Stelle, aber nach hinten raus, wo Seafighting ist. Generell muss man vielleicht an der Stelle einfach sagen, dass das Gebäude natürlich davon geprägt ist, dass es nach hinten raus nicht gesehen wird. Also, wenn ihr das runterladen solltet, dann müsst ihr nach hinten raus auf jeden Fall, äh, noch mal ein paar Fenster machen. Aber, aber ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. So, die griechische Landschildkröde ist eingezogen und sie bekommt alles, was sie braucht, alles, was sie benötigt. Dann benötigen unsere Besucher natürlich ein bisschen Bildung, die bekommen sie auch. Und, ähm, dann ist das Gebäude an sich, ja, wie gesagt, auch schon fertig. Und dann kommen außenrum halt noch die Zäune. Äh, hier die Fenster, wie gesagt, die müsst ihr dann nach hinten raus noch mal kopieren und noch ein bisschen platzieren. Äh, und dasselbe mit, mit dem Efeu. Das habe ich nicht machen müssen, denn, ähm, dadurch, dass der Zoo hinten halt abgeschlossen ist, ist das halt nicht so mega wichtig. Kann man das, kann man das so sagen? Ich glaube, ja. Das ist, man braucht das halt nicht, wenn, wenn man das hinten nicht sehen kann. Ich weiß, dass einige das machen, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass, wenn man sich vorstellt, dass man hier im Zoo zu Besuch ist, das muss ja nur vorne Fui sein und hinten kann es ja ruhig, ruhig, verhältnismäßig Fui sein, ne? Äh, so ist das auch. Deswegen finde ich Backstage-Areas, die wir bauen, auch müssen nicht so, so mega hart clean sein. Wenn du die sehen kannst als Besucher, dann ja, aber grundsätzlich eigentlich eher nicht. Ähm, wie zum Beispiel auch das Nashorn-Gebäude. Da ist ja auch nichts Spezielles drin im Nashorn-Gebäude, aber es geht halt, weil es eine Art Backstage-Area ist, deswegen geht das halt voll klar. Was auch voll klar geht, sind immer diese Zäune zu platzieren, das ist immer sehr anstrengend, das ist immer sehr, sehr viel Arbeit, aber in meiner Welt lohnt es sich, es lohnt sich immer, Backstage-Areas zu platzieren, zu machen, zu bauen, ähm, finde ich auf jeden Fall immer, immer gut und immer wichtig. Das ist übrigens auch der Zaun, den wir im Afrika-Bereich überall benutzt haben, ähm, im Nordamerika-Bereich, glaube ich, und ich weiß auch nicht, ich hab, irgendwann ist es, ist es umgekippt oder ist es dazu getwistet, dass man Bereiche macht, man hat eine Tendenz dazu, dass das, dass das Sinn macht, dass man so ein paar Bereiche macht, aber man muss dazu auch sagen, dass es im Prinzip egal sein kann, ähm, wie man, wie man die, die Gehege einrichtet und wo man sie einrichtet, weil so grundsätzlich ist es halt nicht so wichtig, glaube ich. Und es ist auch interessant, wenn du, wenn du halt so eine schöne Mischung hast an, an, an Tieren, ne? Ich weiß, also so grundsätzlich sehe ich das ja ein, dass wenn du zum Beispiel, ähm, Kältetiere hast, so wie Eisbären und Pinguine und so, dass die dann zusammenleben, weil du dann, weil du dann darum, ja, ja, so ein bisschen, ich glaube, dass das natürlich so rein, rein ökonomisch und wie, wie, wie sie dann im Real Life die, die Fische zum Beispiel transportieren und solche Sachen, da macht das schon Sinn. Allerdings muss man auch sagen, im Spiel ist es ja im Prinzip egal, weil die, die Pfleger machen ja alles überall. In allen Tierpflegerhütten können sie ja Futter für Garzellen und für Strauße und für, äh, Löwen zubereiten. Deswegen ist das, glaube ich, im Spiel halt nicht so wichtig, aber im Real Life macht das schon, macht das dann doch schon Sinn. So. Die, ähm, die Timelapse sind jetzt wirklich hier im Ende. Die, äh, ganzen kleinen Ecken sind jetzt aufgefüllt mit Pflanzen, kaputten Bäumen und sträuchern. Ich, äh, denke, das ist die, die perfekte Möglichkeit zu sagen, dass gleich dann der Realtime Part starten wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr noch mit am Start seid. Beim Realtime Part einfach nochmal drei, vier Minuten. Ihr kennt's ja, ihr kennt's ja mittlerweile. Das ist ja, ist ja eine Serie, die ihr auch gerne guckt. Würde mich auf jeden Fall überraschen, wenn, wenn ihr nicht die, die ersten Parts gesehen habt. Aber vielleicht, vielleicht gibt's ja auch den einen oder anderen, der jetzt damit anfängt. Äh, wäre, wäre überraschend. Aber kann man auch machen. Melde dich, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, wie sich das gehört. An dieser Stelle nochmal danke übrigens an Insta Gaming fürs Sponsorieren dieses Videos. Wie gesagt, guckt gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da ist der Link zum Shop. Einfach mal gönnen und wir hören uns gleich im Realtime Part wieder. Bis gleich. So, herzlich willkommen zum Realtime Part vom Nashorn-Gehege und ihr seht auch schon hier die Ecke, die wir jetzt ja eingerichtet haben. Lass uns einmal rein starten ins Nashorn-Haus, was ja eher unspektakulär ist. Wie gesagt, hier ist eine Futterküche drin und hier gibt's dann den Schlafplatz der Nashörner und, ähm, die sind dann hier am Start. Die haben dann hier draußen einen Bereich. Ich finde, das sind total tolle Tiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig schön gemacht von Frontier, dass die mit im Spiel sind. sind ja schon länger drin, aber ich finde, dass das eine gute Erweiterung ist fürs Spiel generell, muss man sagen. Die sind ein bisschen hungrig, wir rufen gleich mal einen Tierpfleger an, dass der hier mal vorbeikommt und unsere Tiere füttert. Äh, hier vorne fehlt scheinbar ein Mülleimer, das können wir direkt eigentlich mal regeln an der Stelle. Da ist jetzt ein Mülleimer anstelle von da. Und, äh, hier sehen wir die Nashörner dann, wie sie umherstreifen, die beiden, ähm, Spitzmaul-Nashörner. Das, äh, geht mit dem, mit dem Kreisel um durch die ganzen, durch die Gegend. Ist aber auch, ist aber auch nicht schlecht. Und, äh, hier haben wir einen kleinen Wasserfall jetzt. Den hab ich noch gebaut. Can you feel the love tonight? Ja, Pan Macar. Ähm, und hier ist halt dieser, dieses kleine, dieser kleine See, der ist ein bisschen modderig, der kleine Schlammloch für die Nashörner. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Nashorngehege. Es ist nicht so groß und weitläufig, wie andere Nashorngehege vielleicht sein könnten. Aber dadurch, dass die hier auch alleine leben und nicht, ähm, nicht mit anderen Tieren vergesellschaftet sind, ist das, glaube ich, ganz okay. Die haben auch einen Trockengraben, sodass ihr nicht hier hochspringen könnt zu den Besuchern, was natürlich auch eigentlich ganz cool ist. Und ich finde, gerade bei solchen Afrikatieren kannst du halt sehr gut mit solchen Dingen arbeiten. Hier gucken die Besucher natürlich auch runter auf die und dann gehen sie hier so ein bisschen hoch. Hier ist ein bisschen mit der, mit der Höhe gespielt worden. Das finde ich ist immer ganz, ganz schön. Und generell muss man sagen, dass hinten diese Wand, diese Steinwand, fantastisch ist. Also für Zoos mega, mega nice. Wie gesagt, schaut es euch an im Workshop. Ähm, hier ist dann jetzt die Futterküche der Besucher sozusagen mit dem einen Vivari und mit den Schildkrötis drin. Und, ähm, ja, ein Pizza-Pen, wie gesagt, ein Chief Beef, ein Coffee, ein Water und eine Information. Und es ist ein eher unspektakuläres Haus. Haus und außenrum ist noch ein bisschen was gebaut. Hier kann jetzt auf jeden Fall nochmal irgendwas Kleines rein. Das wäre ganz, ganz nice. Und dann möchte ich auch gerne, wie ich ja schon mal angekündigt habe, das Jaguar-Gehege hier hinten updaten oder vielleicht gar keine Jaguare haben. Das würde beides tatsächlich gehen in meiner Welt. Ich bin mir da noch unsicher. Das Einzige, was mir hier tatsächlich ganz okay gefällt, ist die Höhle. Die finde ich eigentlich ganz nice. Aber der Rest im Gehege ist so ein bisschen, so ein bisschen mäh. Also das Gehege ist mega unspektakulär und auch, es hat halt nichts, es hat halt nichts Spezielles. Deswegen würde ich das gerne und auch gerade hier mit dem, mit der, mit der Wand hinten und so. Es ist ein schlechtes Gehege, ich sag's wie es ist. Das muss auf jeden Fall neu gemacht werden. Und gerade hier auf der Ecke kann man schon was machen, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier was updaten kann. Müssen wir mal gucken. Das wäre auch noch Zukunftsmusik. Und dann, wie gesagt, hier diese kleinen Dinge, da müssen natürlich auch alle gefüllt werden. So, das dann aber in der Zukunft. So, was auch in der Zukunft passieren soll, ist, wenn ihr euch nochmal ein weiteres Video anschaut. Und ansonsten sehen wir uns spätestens im nächsten Play-Rest-So-Video. Ich würde mich freuen, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, haut erst mal rein.